hallo zusammen hier ist wieder michael von die weltenbummler.de ich bin schon wieder unterwegs ihr seht ich bin hier irgendwo im wald auf einer wohnmobiltour ja gerade bin ich hier ein bisschen im saarland und will ein bisschen an der saar entlang fahren ich bin hier unterwegs weil ich ein paar fotos brauche und werde weiter Richtung odenwald fahren aber lasst euch überraschen mal gucken was ich alles noch so filmen werde fakt ist ich stehe jetzt hier an der saarschleife es ist richtig voll und hier an der saarschleife hat man natürlich einen tollen ausblick nach unten logischerweise auf die saarschleife und diesen ausblick kann man auch noch von oben genießen nämlich von diesem hübschen aussichtsturm der über einen baumwipfelpfad zu erreichen ist und naja da bin ich gerade noch ja am überlegen ob ich da wirklich drauf will da bin ich mir noch gar nicht so richtig sicher ich gucke mal schauen wir mal erst mal in die tiefe ja ich habe mich getraut ich bin jetzt auf dem baumwipfelpfad hier an der saarschleife er geht ja vor mir dann noch erst mal ganz gemütlich ja gar nicht mal so hoch durch den wald da hinten ist der weg auf dem ich gerade zum normalen alten aussichtspunkt gegangen bin ja und jetzt laufe ich hier 1,2 km da kommt dann irgendwann dieser turm den wir gerade gesehen hatten und schauen ob ich da mich wirklich drauf traue bin ja da nicht so ein freund von aber na gut wie das auf einem baumwipfelpfad schwieriges wort baumwipfelpfad üblich ist gibt es auch ganz viele spielelemente wissenselemente und ja halt diese langen wege gerade eben hatte ich schon ein eichhörnchen gesehen das war aber aus holz aber groß bestimmt so groß ein bisschen ist es noch also den turm kann ich noch nicht sehen was haben wir hier könnte das nächste spielelement sein ich habe keine ahnung hoch sind wir im übrigen auch noch nicht wirklich ok es ist ein rastplatz picknickplatz gut gesehen weiter ich muss sagen es ist schon mittlerweile deutlich höher geworden hier es geht hier ganz schön runter und aber das gehört ja auch dazu es schwankt es schwankt jetzt schon und wir sind noch gar nicht auf dem turm der turm kommt da jetzt vor mir so ein bisschen ins bild da muss ich jetzt drauf will ich darauf muss ich bin jetzt hier drin also gucken wir uns das mal genauer an also es ist recht windig der wind pfeift das hört sich alles etwas unheimlich an ich weiß gar nicht ob er mich versteht und es schaukelt ein wenig und kalt ist es auch noch ja gucken wir mal ob ich mich wirklich hier drauf traue hey hey Also weit ist es jetzt für mich nicht mehr, ich habe es gleich geschafft, aber es ist schon mit dem Wind gewöhnungsbedürftig. Nur noch zwei Etagen, Gott sei Dank. Oben, ich bin wirklich oben. Man mag das Kongdorben, aber ich habe mich aufgetraut. Das hat Spaß gemacht. Ich muss zugeben, es war windig, es war wackelig, es war kalt. Kalt ist es immer noch, aber es hat Spaß gemacht. Da oben auf dem Aussichtsturm an der Saarschweife bei Mettlach. Ja, da bin ich aber schon wieder weitergefahren. Ich bin also schon wieder davon weg. Und zwar befinde ich mich jetzt hier in Bad Sobernheim, also deutlich weiter östlich. Direkt an der Nahe, die Nahe fließt dort vorne. Schwer zu erkennen. Und ja, hier bin ich auf dem Wohnmobilstellplatz untergekommen. Das ist alles hier, ja, ungenutzt momentan. Minigolf, alles noch aus Holz. Die ganzen Anlagen fand ich ganz drollig. Ja, das Häuschen sieht ein bisschen aus wie in Schweden. Ja, das ist das Sommercafé in Bad Sobernheim. Direkt am Ufer der Nahe. Ja, und da sind wir jetzt hier für 9 Euro untergekommen. Wunderbar. Das heißt, hier werden wir jetzt die Nacht verbringen. Und morgen geht es dann weiter. So, guten Morgen zusammen. Die erste Nacht im Bad Sobernheim haben wir mal gut verbracht. Alles super, war sehr schön, sehr ruhig. Und wir sind schon weiter gefahren. Wir sind nur etwas früh dran. Ich stehe nämlich jetzt hier, naja, vor einer Plattform, vor dem Nahe Skywalk, nahe der Fluss. Hat also nichts mit Nähe zu tun. Und ja, das geht jetzt hier runter. Irgendwie ziehe ich sowas hier magisch an, dass ich mir solche Sachen angucke. Hier geht es auf jeden Fall weit in die Tiefe. Das Dumme ist nur, es ist ein bisschen neblig. Ich sehe nichts. Ich bin ein bisschen zu früh dran. Aber gerade das macht das Ganze auch aus hier. Irgendwie ist das jetzt witzig, weil ich überhaupt nicht sehe. Es geht hier weit runter. Ich höre die Straße von unten. Ich sehe sie nicht. Da drüben ist irgendwo ein Berg. Gerade soeben, schemenhaft zu erkennen. Es ist die Frage, wann wird dieser Morgennebel verschwinden. Tja. Ich weiß aber auch gar nicht, ob ich wissen will, wie tief das da runter geht. Ja, wir gucken mal. Vielleicht bleibe ich noch ein paar Minuten und die Sonne kommt ja gerade raus. Vielleicht wird das ja noch was. Das geht auf jeden Fall tief runter. Sehr tief. Ja, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe etwas gewartet, so ein Viertelstündchen. Ich habe sogar meinen treuen Stofffreund Pingu schon aus dem Auto geholt, in ungefähr 300 Meter zum Parkplatz. Und in der Zeit ist es etwas besser geworden, die Sicht. Ich konnte sogar gerade kurzzeitig mal unten die Straße sehen. Ich konnte auch sehen, wie viel Dreck da unten liegt. Schade, schade. Da, wo Menschen hinkommen, ist immer ganz viel Dreck. Aber hier oben ist es wirklich schön. Sollte man also in den frühen Morgenstunden sich einfach mal antun und beobachten, wie hier der Nebel sich auflöst. Und jetzt zieht er sich unten schon wieder zu. Na gut. Wir müssen weiter. Wir wollen weiter. Wir fahren jetzt nach Bad Kreuznach. Ja, machen wir mal wahrscheinlich den nächsten Stopp. Gucken wir mal, wie es da aussieht. Wie gerade schon angekündigt, sind wir dann nach dem nahe Skywalk hier nach Bad Kreuznach gefahren. Und hier waren wir schon gerade ein bisschen einkaufen, Brötchen eingekauft, was zu frühstücken. Und jetzt wollte ich hier mit meinem gefiederten Freund noch ein Foto machen. Und zwar vor der Sehenswürdigkeit, oder vor einer der Sehenswürdigkeiten hier in Bad Kreuznach. Nämlich die Brücke, die man dort vorne sieht. Das ist eine der ältesten Brücken in Rheinland-Pfalz. War gerade schon da oben. Sieht hübsch aus, sieht gut aus. Macht einen ganz tollen Eindruck. Ja, ist eigentlich ganz nett hier. Da hinten geht es ins Zentrum. Hier die Brücke. Entsprechend hier noch eine Kirche. Ja, mir gefällt es. Ich finde es nett. Und im Übrigen, nicht zu vergessen, da gibt es auch einen Panoramaweg, Rundweg. Aber wir haben heute noch so viel zu tun, das lassen wir mal ausfallen. Wieder unterwegs. Irgendwo auf der A67. Ja, wir hatten jetzt Bad Kreuznach. Und ich hatte ja schon ein paar Mal gesagt, wir fahren Richtung Odenwald. Wir haben also mittlerweile Rheinland-Pfalz verlassen. Und wir sind jetzt irgendwo im Großraum Frankfurt. Ich weiß gar nicht. A5 Richtung Basel, kommen gleich als nächstes. Ja, und da wollen wir einfach mal gucken. Ich kenne mich im Odenwald selber auch noch nicht so gut aus. Da haben wir ein paar Orte, kleinere Orte, wo wir dann ein paar Fotos machen. Ja, und dann schauen wir mal, wo es uns hinführt. Damit ihr nicht immer meint, ich sei nur mit dem Wohnmobil unterwegs. Nein, Melibokus heißt das erste Ziel hier im Odenwald. Ein Aussichtsturm auf einem Berg. Ja, ich schnapp schon wieder nach Luft. Das war dann doch schon eine kleine Wanderung, die ich da gemacht habe. Oder wir. Und ja, hier geht es noch ein bisschen rauf. Und dann werden wir hoffentlich gleich oben sein. Und von dort oben soll es dann eine schöne Aussicht geben. Ja, und die wollten wir uns angucken, deswegen sind wir hier. Geschafft. Sinn und Zweck, warum wir jetzt hier sind, ist dort vorne zu sehen. Das ist nämlich hier das Felsenmeer im Odenwald. So, da war ich noch nicht. Das schaue ich mir jetzt mal an. So, da war ich noch nicht. Das schaue ich mir jetzt mal an. Ich muss sagen, es ist nett, das einmal zu sehen. Aber es ist ganz schön voll und laut. Naja, und es geht wieder Steinberg auf. Naja, egal. Ihr Lieben, ihr habt das gerade gemerkt. Am Felsenmeer war es mir ein bisschen zu voll. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Es war richtig viel los. Es war richtig viel Rummel. Und wir waren jetzt im Laufe des Abends auf der Suche nach einem Wohnmobilstellplatz, wo wir übernachten können. Irgendwo hier in Hessen, im Odenwald. Und ich sage einfach mal, ich denke, wir haben es gefunden. Also, das ist dieser Wohnmobilstellplatz, auf dem wir hier gerade stehen. Mit einem einzigen anderen Fahrzeug hier noch zusammen. Und ihr seht, hier ist richtig, richtig viel Platz. Und es ist so still hier. Es ist ein Traum von Wohnmobilstellplatz. Das muss man einfach mal sagen. Es ist wirklich... Ich bin begeistert. Das wird hoffentlich... Nein, ich gehe davon aus, es wird eine ruhige Nacht werden. Ja, in diesem Sinne sehen wir uns dann morgen wieder. So, und damit ist es heute Morgen schon wieder weitergegangen. Wir hatten erst sehr viel Pech mit dem Wetter. Es hat stark geregnet. Wir sind auch vorhin einmal richtig nass geworden. Aber wir sind jetzt hier, ihr schaut einfach mal selber, in Bad Wimpfen. Und ich muss sagen, es sieht hier richtig toll aus. Da unten fließt der Neckar. Das ist das Neckartal. Und das gefällt uns richtig gut hier. Hinter uns ist die Kaiserpfalz und eben halt die Altstadt von Bad Wimpfen. Und das ist jetzt auch erstmal im Grunde so der Rest unserer Reise. Es geht eigentlich jetzt so langsam wieder Richtung Heimat. Wir werden dort also in diese Richtung dem Fluss folgen. Quasi nach Heidelberg. Ungefähr grob. Müssen wir mal schauen. Immer am Fluss entlang. Ein paar Städtchen noch anschauen. Und ja, morgen Abend werden wir dann langsam wieder zu Hause im Ruhrgebiet eintrudeln. Insofern gucken wir mal, was es hier noch so alles gibt rund um Bad Wimpfen und am Neckar. Das war's. Wie ist das? Wie ist das? Vielen Dank. Hübsch hier in Bad Wümpfen. Ja, gefällt mir gut. Wisst ihr, wo ich hier bin? Ich bin schon wieder auf diesem schönen Stellplatz, mitten auf dem Golfplatz. Ihr wisst schon, der für 5 Euro, super günstig, super ruhig. Und wir wurden heute Nacht tatsächlich von Vögeln geweckt, oder heute Morgen besser gesagt, die auf unserem Autodach saßen und ein bisschen rumzwitschatten. War richtig schön. Wir wollten gestern eigentlich noch am Neckar entlangfahren, haben wir auch gemacht. Wir waren noch ein bisschen am Neckar, wir haben uns ein kleines Läutchen angeguckt, Moosbach, Eberbach. Wir sind durch die Margareten-Schlucht gefahren, äh gelaufen, gelaufen, da kann man nicht fahren. Da konnte ich aber auch nicht filmen, das war sehr glatt, sehr rutschig. Wir hatten viel Pech mit dem Wetter gehabt, wobei in der Schlucht selbst nicht. Aber kurz vorher hat das extrem geregnet und es war furchtbar matschig und glatt und deswegen habe ich nicht gefilmt. Aber ein paar Fotos blende ich jetzt mal einfach ein. Und ja, nach der Margareten-Schlucht sind wir noch weitergefahren Richtung, ja am Neckarfluss abwärts, aber haben es nicht mehr bis nach Heidelberg geschafft. War auch nicht schlimm. Wir haben irgendwann keine Lust mehr gehabt weiterzufahren und haben gesagt, Mensch, das ist so schön hier. Hier fahren wir wieder hin und ja, haben wieder unsere 5 Euro bezahlt und hatten eine wunderbar ruhige Nacht hier an diesem kleinen Teich, mitten auf dem Golfplatz, ganz offiziell. Ja und damit haben wir auch gesagt, es reicht jetzt, wir fahren jetzt nach Hause, das ist der letzte Tag heute gewesen. Wir haben die Saar ein bisschen kennengelernt, wir sind an der Nahe entlang gefahren, wir haben Mosel und Rhein überquert, wir waren auch kurz am Main und gestern am Neckar, also wir haben jetzt genug Flüsse und jetzt geht es auf die A3 Richtung Ruhrgebiet. In drei Stunden sind wir zu Hause, ja und das soll es für dieses Wochenende erstmal gewesen sein. Wir werden am nächsten Wochenende wieder eine kleine Tour machen, da weiß ich auch schon, wo es hingeht, aber es wird dann nur eine Nacht sein, dann müssen wir was besorgen, aber seht ihr dann. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, alles klar, dann bis bald.